Trostlosigkeit und Langeweile im Sommer? Nicht bei Beach Mitte. Denn mitten in der Hauptstadt auf mehr als 50 Feldern gibt es hier jedes Wochenende und unter der Woche auch außerhalb der großen Turniere und des regulären Wettkampfbetriebs massenweise Beach-Action und geilen Sport. Wir hatten halt Bock mal wieder ein bisschen Volleyball zusammen zu knödeln und deswegen haben wir uns einfach angemeldet und gesagt, wir machen das mal wieder. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Fun-Turnier? Auch ohne Voranmeldung kann an fast jedem Wochenende bei Beach Mitte aufgeschlagen werden. Ein Team besteht immer aus zwei Personen. An jedem Samstag gibt es ein Turnier für Männer und eines für Frauen. Am Sonntag sind dann die Mixteams an der Reihe. Mal wieder Spaß haben wollten und sportlich betätigen und natürlich zusammen Zeit verbringen. Genau, weil wir gerade anfangen ein bisschen mehr zusammen zu spielen und es hat einfach eine coole Gelegenheit, dass wir hier auf Beach Mitte die Möglichkeit haben, halt wirklich Frauen-Fun zu spielen. Und wie der Name schon sagt, steht vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Und daher ist das Fun-Turnier für Freizeitspielerinnen und Spieler jeder Alters- und Leistungsklasse perfekt geeignet. Man kann sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln und auch wenn der Ball mal daneben geht, ist das kein Drama. Es ist aber vor allem eines, ein großes Miteinander. Aber es macht schon Spaß, man kennt viele Leute, man spielt den ganzen Tag und wenn man gewinnt, ist es richtig cool. Aber am Ende des Tages ist es einfach ein spannendes Beach-Sportival-Wochenende. Ebenfalls jedes Wochenende und zusätzlich auch jeden Mittwoch bietet Beach Mitte das All-You-Can-Beach an. Das heißt vier Stunden lang eigenständig Spiele organisieren und abwechselnd mit und gegen die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zocken. Egal ob als Einzelperson, Zweierteam oder kleinere Gruppe. Besser und einfacher geht's nicht. Aber Beach Mitte bietet auch noch viel, viel mehr. Die Anlage ist einfach wunderschön. Also die hat so viele Möglichkeiten. Mittlerweile gibt's selbst Paddle. Also das haben sie vor zwei Wochen aufgebaut. Sehr, sehr geil. Hätte ich beim Bock auch zu spielen. Wenn ihr also am Wochenende noch nichts vorhabt und spontan Bock auf Beachvolleyball habt und beachen wollt, bis der Arzt kommt, dann schaut bei Beach Mitte vorbei. Die große Anlage im Herzen Berlins ist immer ein Besuch wert.